Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer hier bei JBC Pioneer Mars. So, wenn wir erstmal gucken, was wir überhaupt gerade noch so am machen sind, wir bauen da hinten eine Windfalle, eine Windturbine, dann bauen wir hier ein zusätzliches Lager und noch ein mehr unbekanntes Teil, das glaube ich ein Recyclingzentrum. Ja, das Zeichen da drauf zeigt an, dass es sich wahrscheinlich um ein Recyclingzentrum handelt. So, wir müssen aber auch noch Material besorgen, denn uns fehlt noch eine ganze Menge Zeugs und ich habe aber vollkommen vergessen, was im Ganzen uns so fehlt. Wir brauchen noch raffiniertes Kupfer, wir brauchen noch Aluminiumalloy und so weiter. Dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach mal hier zu unserer Schmelze und gucken uns an, was da so gerade in der Mache ist. Kann ich so hier ranfahren? Sehr gut. So, wir gucken mal, was hier so, ups, da war sie. Ja, raffiniertes Kupfer, wir haben, wir haben kein Kupfer da, was wir irgendwie raffinieren können. Im Sud haben wir auch keins, okay. Dann fahren wir doch nochmal zu unserem Lager und gucken, ob wir da Aluminium und Kupfer finden. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dagegen fahren, weil da kriegen wir nämlich schaden. So, Kupfer hätten wir zwei Stück da, Aluminium habe ich nicht da. Aber Aluminium können wir schon mal einladen, äh, Kupfer können wir schon mal einladen. Gut, dann würde ich sagen, zurück. Nochmal hier rüber. F und wir machen hier einmal Kupfer. Es braucht zwei Kupfer, habe ich auch da. Warum ist das jetzt hier nicht... Muss ich das erst ins Cargo legen? Ich glaube, ich muss das erst ins Cargo legen, oder? Warte, so. Nein, so. Wieso geht das nicht? Ach, das ist schon refined, okay. So, jetzt hat es funktioniert. Keine Ahnung, warum es eben nicht funktioniert hat. So, wir gucken auch mal hier rein und wir wollen gerne refined Copper machen. Geht nicht. Das geht nicht. Kupfer 1, habe ich zwei Stück drin. Kupfer, ach, das ist Kupfer 3. Kupfer 3 müssten wir doch eigentlich auch einbauen können, oder? Wenn das noch stärker verkupfert ist, äh, ver... refined ist, also verfeinert wurde, dann müssten wir das doch hier in unsere Baustelle auch reinbringen können. In den Waste Manager, äh, slide. So, ich fahre mal langsam dran und wir gucken mal... So, refined Copper, Stufe 2. Siehst du, das geht. So, refined Iron will er auch noch haben. Und Aluminium Alloy will er auch haben. Gut, dann müssen wir mal gucken. Refined Iron. Meine, ich hätte mir auch noch was auf Lager. Und die Aluminium Legierung haben wir auf keinen Fall. Die müssen wir uns erst noch irgendwo besorgen. So, ich gucke noch mal hier ins Lager. Und dann haben wir hier Ferrum. Da ist auf jeden Fall schon Ferrum. So, das können wir schon mal hier reinlegen. So, fahren wir mal rüber. Gut. 3D-Printer. So, also ich habe Eisen da. Und hinein damit. Dann brauchen wir nur noch Aluminium Alloy. So. Und was haben wir denn hier in unserer Werkstatt noch drin? Da fehlt auch Aluminium. Fünf Stück. Welche Güte gerade? Eins. Aluminium Güte eins. Gut. Dann, wo ist noch die Baustelle? Da drüben ist noch eine Baustelle. Fahren wir mal da hin. So, mal gucken, was hier fehlt. Hier fehlt Aluminium, Refined Copper und Carbon Steel. Okay. Refined Copper. Müssen wir mal gucken, ob wir da nicht noch was übrig haben. So, F. Dann haben wir hier eben Cargo. Da werden wir erstmal das Eisen wieder rein... Das geht schon wieder nicht. So. Dann... Kupfer. Haben wir eins. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Silizium haben wir auch. Äh, Silika. Dann... Was brauchen wir denn um... Aluminium oder Loi brauchen wir ein Titan und ein raffiniertes Aluminium. Und dann brauchten wir doch auch noch verstärktes Eisen. Da steht nicht hier drin. Wir müssen auf jeden Fall Aluminium besorgen. Und... Wo war denn Aluminium gewesen? Ich glaube, das war ja oben. Wir fahren jetzt einfach mal da hin und gucken uns mal da um. Wie es da so aussieht. Was wir da so finden können und so. Denn so langsam will das Spiel uns, glaube ich, Pflücke machen. Und gibt uns gar nicht mehr so viele Hinweise, wo wir das Zeug finden. Bei Aluminium-Aloy oben, da könnte es uns ja zum Beispiel anzeigen, wo wir noch Aluminium finden. Allerdings tut es das gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen es wahrscheinlich jetzt selbst rausfinden. So. Hier gab es ja auch noch was zu finden. Und zwar... Ich fahre mal hier so hin. Da oben... Links oben in der Ecke seht ihr eine... Da oben ist noch irgendwas zu finden. Da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Und zwar geht das so. Wir gehen hier drauf und... Huch. Zu früh gesprungen. So. Hier drauf. Dann hier drauf. So. So. Und so. Ich weiß nicht, ob wir hier auch irgendwas... Hier können wir nichts mitnehmen. Da unten liegt da noch was drin oder was? Kommen wir eh nicht hin. Ist zu korrosiv. Da können wir jetzt erstmal gar nicht hin. Ich gehe mal weiter hier hoch, weil hier oben bei dem... Ja, ist ja gut. Bei dem Ding hier konnten wir auf jeden Fall noch Sachen abgreifen. Ich habe mir gedacht... Ich dachte, hier gibt es Sachen. Dann war hier unten noch eine Kiste. Aber ich dachte, wir kriegen hier irgendwelche Sachen. Da steht noch eine Kiste. Da drüben steht noch eine Kiste. Ich gehe aber jetzt erstmal hier zu der. So. Wir gucken mal hier rein, was hier so drin ist. Okay. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir... Weil wir jetzt auch Lagerplatz haben. Huch. Lagerplatz haben. Nehmen wir uns mal so viel mit, wie es geht. Ja. Das ist doch jetzt nicht so viel gewesen. Ich komme auch mit meinem Autoschnik, glaube ich, hier nicht drüber. So. Ja, ich möchte das Inventar öffnen. Das hier kommt raus. Das kommt raus. Alles, ja. Dann kommt das raus. Diese Putsches. Dann kommt... Das können wir auch erstmal einlagern. Und den Rest behalten wir erstmal. So. Jetzt möchte ich gerne nochmal hier unten entlang gehen. Denn da hatten wir entdeckt, dass da auch noch eine Kiste steht. Und zwar war die... Ich gehe mal hier rüber. So. Und zwar war die hier unten. War die versteckt? Da hinten? Alles klar. Gucken wir mal, was hier drin ist. F. So. Hier haben wir Rubber Seals. Dann haben wir hier Small Kanister mit O2. Die würde ich schon mal mitnehmen, weil das ja schon mal wichtig ist. Dann haben wir hier Small Medikits. Aber das ist aber alles gar nicht das, was wir wollen. Ja. Ich bin schon wieder vollgeladen. Mist. Also gut. Dann... Hier ist jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich Aluminium haben. Und dann würde ich sagen, dann fahren wir weiter. Damit wir da irgendwas finden jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt hier oben bei der Fundstelle war, wenn wir hier weiterfahren, was man da abernten konnte. Sehen wir aber gleich. So. Ich tue das mal hier rein. Und jetzt bin ich hier aber ziemlich vollgeladen mit Oxygen. Ich würde sagen, wir behalten uns mal erst nur... Ah nein. Ablegen will ich ja sechs Stück. Dann haben wir wieder Platz und ich steige mal ein. Gut. Wir fahren mal los und zwar hier rüber. Uh, 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 uh. Langsam runterfahren. Und wir holen nochmal Anlauf und fahren nochmal hoch. Seit wann sind die Windteufel denn so weit hier hinten? Ist auch Mobbing. So, wie war nochmal Scannen? Ich muss gerne mal überlegen. Scannen war... Wieso haben wir jetzt einen Schlag abgekriegt? So, ich parke mal hier. Wir machen mal mit V nochmal hier einen kleinen Abbau. Dingsbums. Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt hier drin gespeichert war. Sehen wir aber jetzt gleich. Silica und Eisen. Und Nickel. So, jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir uns irgendwie auf der Karte vermerken könnten, was jetzt hier so... Wo sind wir denn jetzt gerade? Jetzt sind wir hier drüben. Da sind wir jetzt. Da ist unbekannt, der merkt sich also auch nicht, wenn wir da schon mal wahren, was da drin ist. Das ist doof. Und wir können auch immer nur einen Wegpoint festlegen. Das ist auch doof. Das heißt, wir müssen jetzt weiterfahren und müssen einfach auf gut Glück nochmal alle Dinger durchsuchen, die wir jetzt schon hatten. Hier an den Windhäufeln vorbei. So, ich bin mal gespannt, ob wir hier hinten noch welche finden. Hier waren wir nämlich noch nie gewesen. Wir sind sonst immer einen anderen Weg zurückgefahren. Aber sind noch nie hier hinten in diese Gegend gefahren. Eine kleine Erkundungstour. Da wabert... Ja, da wabert doch schon wieder was. Sehr schön. Dann fahren wir halt hier lang. Ja, es bleibt spannend, gell? Du darfst ja nirgendwo hier entlangfahren. Da hinten ist ein Säure... Hier ist ein Säuregebiet. Jetzt haben wir ja keinen Schaden gekriegt, als wir da durchgefahren sind. Wegen unserer neuen Lackierung. Sollen wir es wagen? Ich kann jedenfalls nicht sehen, dass wir jetzt einen Schaden davongetragen haben. Jetzt bauen wir eine Abbaustelle. Irgendeine Abbaustelle, wo wir vielleicht Material bekommen. So, wo finden wir so eine Abbaustelle? Warte mal, was ist das denn hier? Warum ist das so dunkel? Da hinten wäre eine Abbaustelle gewesen. Natürlich ist da Säure. So, wo finden wir hier Abbaustelle? Das ist eine ziemlich weite Expedition. So, weil jetzt haben wir uns, glaube ich, noch nie weggewagt. So. Ah, ja. Verstehe. Aha. Ressource Pool found. Habt ihr es gesehen? Da müssen wir jetzt vielleicht nochmal auf die Karte gehen. Okay, da hätten wir... Oh, jetzt wird das auch angezeigt. Oh, vielleicht vergesse ich immer zu scannen. Eisen und Zink. Was wollten wir eigentlich haben? Äh, Eisen... Das ist auch Eisen, Kupfer. Eisen, Kupfer. Eisen, äh... Hier ist halt überwiegend Eisen. Das hilft uns jetzt gerade noch nicht so richtig weiter. Wir brauchen ja eher so Aluminium oder Kupfer. Ich fahr mal ein Stück nach da. So, wir haben noch was gefunden. Das wäre hier oben das. Unbekannt. Dann fahren wir doch mal zu dem Unbekannten, oder? Ich würde sagen, wir kommen hier am besten hoch. Ja, klar. War ja klar. Ich hoffe, die Stelle ist nicht zu weit weg. So. So. Kannst mal auftanken. Dann gibt das kurz Ruhe. Der müsste hier drüben irgendwo sein. Der müsste ganz in der Nähe sein, weil der sich ziemlich schnell bewegt. Aluminium. Gut. Pass auf. Dann bleiben wir mal hier stehen. Ich bin noch... Müssen noch ein bisschen weiter fahren. So. Bleiben wir so stehen. So. V. Genau. Und... Aluminium. So. Ich würde sagen, wir machen uns erst mal die Taschen voll. Und da haben wir es auch schon voll. Mist. Jetzt müssen wir mal gucken hier bei unserem Cargo. Mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Wir haben Eisen drin. Wir haben es... Wie viel Aluminium haben wir? Wir haben nur vier Aluminium. Dafür eine ganze Menge anderen Kram. Aber Aluminium... Ach nee, das ist nur Aluminium mit einem Sternchen. Okay, wir brauchen Aluminium mit zwei Sternchen. Und dann brauchen wir Kupfer. Haben wir Kupfer dabei? CU? Nee, haben wir nicht dabei. Aber ich würde sagen, wir nehmen alles mit. Komm, wir fahren jetzt nicht extra... ...so weit, um dann das Zeug zurückzulassen. Ich habe aber jetzt eine ganze Menge Sachen gescannt. Das heißt, wir müssen öfters mal die T-Taste drücken. Ich bin jetzt mal ganz waghalsig und fahre mal hier hoch. Es wird auch sein, dass wir von hier gekommen sind. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir sind. Wir sind jetzt da. Und wo ist unsere Basis? Das ist unsere Basis, oder? Warum geht das hier so... Warum wird das kleiner? Das ist wahrscheinlich der Sauerstoff, aber ich habe noch Sauerstoff dabei. So, erst mal zurück nach Hause. Ja, komm, wir fahren durch. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Pass auf. Ähm, F. Sauerstoff. Da müssen wir natürlich noch ins Inventar legen. So, hier oben rein. Gut. Einsteigen. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt jetzt wieder deinen Sommer. So, wir erkunden mal neue Wege. Guck mal, da steht auch was rum. Da steht eine Kiste rum. Wollen wir die mal durchsuchen? Mal gucken, was da so drin ist. F. So, wir haben hier, äh... Oh, Carbon-Stahl. Oh, Carbon-Stahl mag ich. Mag ich gerne haben. Wieso kann ich das nicht nehmen? Wie war das denn? F. F. Nee. Nochmal aussteigen. Open Inventar. Cargo-Suit. Ich konnte doch auch hier direkt auf die Kiste zugreifen, wenn ich mit dem Auto da bin. Vielleicht muss ich... Ah, sowas. Genau, ich muss drauf zeigen. So, also Carbon-Steel hätte ich gerne, würde ich gerne mitnehmen. Carbon-Style. Äh, Carbon-Steel. Zwei Stück. Hat er jetzt beide mitgenommen? Sehr gut. Und dann haben wir hier Stainless-Steel. Also rostfreier Stahl. Kann da nicht mitnehmen. Okay. Ja, ähm... Wir können natürlich auch Sachen wegwerfen. Das macht man ja immer auf dem... Mars machst du es ja immer so. Wenn du irgendwas brauchst, dann wirfst du irgendwie hier nützliche Sachen, wirfst einfach in den Mülleimer. Kannst du nicht irgendwie in die Kiste legen oder so? Ich bleib nochmal stehen. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Wir müssen da hin. Ich sehe ja irgendwie schwarz, dass wir da oben durchkommen. Aber wir versuchen das jetzt mal. Also hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir auf gar keinen Fall durch. Wir könnten höchstens hier hinten rumfahren und danach da. Wir sind halt hier auch mitten in so einem komischen Krater. Mist. Das heißt, wir müssen ziemlich Gas geben. Um da anzukommen. Oh, Mist. Das heißt, wir müssen da hin. Warte mal, diese Stelle hier kenne ich. Da waren wir schon mal. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen jetzt nur noch... Ah, hier ist jetzt radioaktiv. Ah, an jeder Ecke lauert hier irgendwas. Oh je, oh je, oh je, Leute. Und das ist ja Spießruten laufen hier. Aber wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause zu unserer Basis. Und haben Carbon-Stahl mitgebracht. Und wir haben Aluminium mitgebracht. Das hat sich da schon mal gelohnt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, da werden wir uns ja darum kümmern, dass wir das dann bei unserer Anlage einbauen. Und wir gucken mal, was wir sonst noch so besorgen können. Aluminium war ja irgendwie ziemlich gefragt. Und ich bin mal gespannt, was da so draus wird. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's erstmal gut. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.